Au, ich stehe. Scheiße. Was soll das denn? Verdammt. Damit hab ich nicht gerechnet. Oh weh, oh weh. Was tue ich hier? Na gut. Ich würde sagen, wir machen ihn noch kalt. Wir machen ihn kalt. Weil wir sind Justin. Und so. Und Fina. Und. Hilda! Ich habe Anweisung, hier jemanden neu zu lachen. Wenn nötig, gebrauche ich Gewalt. Oh. Picke. Dicke. Rockmusik. Gottel. Und Erben. Sofort. Ist es Maria? Ja. Du musst das aussehen. Du musst das aussehen. Du musst das aussehen. Du musst das aussehen. Peitschstufe höher. Yeah. Okay. Dich mach ich jetzt noch Knilche. Und dann knilch ich dich. Boah. Schön. Du bist so tot. Du hast gar keine Chance. Warum so geiler haben mich diese scheiß Geiste so fertig gemacht? Mal ehrlich. Was soll der Scheiß? Hm. Level wär cool. Für Justin und Susu. Wär ganz nett. Was für ein Chaos. Unsere glorreiche Alley-Soldaten. Ja. Noch mehr Depp. Niemand. Absolut niemand darf hier durch. Ich halte alles und jena auf. Oh, da hinten sind noch mehr Idioten. Oh Gott. Na, was soll's. Weil du dich bewegst. Hm. Peitschein. Na ja. Mach nichts. Auf ein unschuldiges Mädchen. Ich glaub, es geht los. Das kriegst du zurück. Verdammt. Axtstufe höher. Schön. So. Könntest du mal den Deppen da hinten kaputt machen? Ähnlich machen. Das ist sehr gut. Und einmal den hier. Sehr schön. Soldaten überall auf dem Boden verpeilt. So. Vor allem verpeilt. Verteilt. So wollen wir das haben und nicht anders. Was war ich für ein Narr? Warum tat ich das? So ein Chaos. Und noch mehr Deppen. Was machen die denn vom... Verbliebenen? Können sie euch Brut nicht durch... am Durchgang hindern? Ach so war das gemeint. Okay, ich kann gar nicht meine Lebe. Cool. Das ist auch schon wieder nachgelassen. Sehr geil. Sehr geil. Was? Nur noch zwei? Ernsthaft? Egal. Das kriegen sie. Heim. Verdammt. Der muss keinem zaubern. Ach scheiße. Starker Wind. Süß. Alle auf ihn. Mit Rasse. Und... Mit Rasse. Und... Schön. Sehr, sehr schön. Cool. Hör Hauptmann. Tun sie ihre Pflicht aber schnell. Und noch Medien. Sollt ihr nicht aus Parmen? Was macht ihr hier? Ihr macht nicht den Eindruck als wolltet, wenn ihr uns kooperieren. Wir wollen euch fett in den Arsch drehen. Und nochmal dringen. Und nochmal dringen. Das glaubst du doch du selber nicht, oder? So. So. Einer ist erledigt. Kommt der Nächste. Ey, das geht doch als Zähler. Nicht? Na gut, er nicht. 100. Und weg damit. Und weg damit. Denk! Nicht! Ran! Schön! Yay! Was will ich alles können? Schön, 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 schön. Lass uns ihn mal eben heilen. Also, warum sollten Pamianer sich mit Romanoiden verbünden? Tja, weil wir halt nett sind und die Helden der Geschichte. Und weil ich was aufs The Ocean meine, also deshalb. Graben? Verbeißerte Teilung. Cool. Knirrf. 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 Cool. Kostet Gott sei Dank vor. Meine Anweisungen lauten jeden, der hier auftaucht, das halt anzusehen. Macht euch zum Kampf bereit. Mein Gott, wie viele Deppen laufen denn hier rum? Jetzt mal ernsthaft. Peitschstufe höher, Peitschstufe höher. Oh, die... Wellenbrecher! Oh, das hat wehgetan. Verdammt! Und wer macht die Dreck nachher weg? Ich bestimmt nicht. Und zu seine Stufe höher. Sie ist Stufe 10. Ja, schön. Es muss das... Er muss das letzte Stück bekommen. Okay. Was geht hier ab? Warum wollen sie das eine Ding da oben haben? Sogar alle Truppensoldaten sind voll die Kriegs. Jetzt mal ernsthaft. Sind voll komisch und so. Die ticken nicht mehr ganz sauber. Ernsthaft. Jetzt weiß ich auch, warum ich so viel... Derbst viel. So. Ich hab da ein bisschen Angst gerade. Also... So. Auf geht's. Hier, Justin. Der Gott des Lichtes. Hey, aus der Luft. Diese Schorken. Sie schleppen die Statue weg. Wir müssen sie aufhalten. Halt. Gib die Statue zurück. Justin. Was machst du denn hier? Oh, du bist derjenige, der mich hinten beim Schützpunkt geschlagen hat. Justin. Warum bist du hergekommen? Fina. Schwiss. Lien. Bist du es wirklich? Fina. Was? Fina. Du hast sie Schwiss genannt. Ist sie deine Schwester, Fina? Lien. Du bist es. Wieso tust du so etwas? Fina. Ich wollte auf keinen Fall, dass du es erfährst. Es ist so. Ich bin ein Galai-Soldat. Leutland Lien. Von der Mulleneinheit. Die Statue wird jetzt für eine militärische Operation beschlagnahmt. Ich muss sie wegnehmen. Leb wohl, Fina. Nähe dich nie wieder den Truppen. Ich will nicht, dass dir etwas zustößt. Lien, warte. Warum tust du das? Oh nein, der Gott des Lichtes. Ich lasse es nicht zu, dass du es tust. Hier kommt sie. Justin. Gib die Statue zurück, Lien. Sie gehört dem Dorf Luke. Warum bist du nicht mit Fina geflohen? Nach allem, was ich auf mich genahm, um euch die Flucht von der Front zu ermöglichen. Hör auf, dich zu beschweren und gib die Statue zurück. Das kann ich. Leider. Das kann ich leider. Was? Was kann ich leider? Ich muss die Statue zurückbringen. Die R der Mulleneinheit steht auf dem Spielen. Entferne dich von dem Geisterstein. Geisterstein? Ich will dich nicht zwingen müssen. Ich lasse nicht zu, dass du unsere Pläne schon wieder durchkreuzt. Warte. Warum nennst du es ein Geisterstein? Ja. Was ist das? Dieses... Dieses Licht ist... Oh nein! Dieses Licht ist von dem Geisterstein. Wow. Das passiert also. Nun Jungs. Hammer halb so. Pass auf. Telesch ressort. Auf einmal. Auf einmal. Vielen Dank.